Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Demon's Souls. Naja, die letzte Folge war ja jetzt irgendwie nicht so von Erfolg gekrönt, kann man sagen. Und ich hab immer noch nicht die scheinbare Wand gefunden. Naja, so wir versuchen das jetzt einfach mal ein bisschen besser. Ich hoffe einfach mal. Unten liegen ja recht viele Seen, da muss ich jetzt auch wieder hinkommen. Das wäre sehr von Vorteil. Und ich hab mir grad, ja, grad spontan. Scheiße, das war zu spontan, denn ich hab's vergessen. So, mach mal weg hier. Und nochmal, scheiße, 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 komm, komm, komm. Jawohl, und weg, genau. Wow. Und ich hab mir überlegt, da wir eh zum Boss gehen, ich versuch's einfach mal. Ich wollte mich eigentlich mal menschlich machen. Dafür müssen wir aber nochmal hier hoch, weil ich hab da nämlich in der Zwischenzeit ein Symbol gelesen oder gesehen. Ja, ein Symbol, also eine Nachricht quasi. Die sagte, ich soll, oder hier kannst du beschwören irgendwie. Das machen wir uns einfach mal und probieren und schauen. Warte mal, moz, haben wir ja drinne. Komm, weg. So, zack. Machen wir uns menschlich. Dann könnten wir eigentlich auch, warte mal, das vergesse ich halt immer wieder. Und Sunny guckt sehr verwirrt hier rüber. Sehr verwirrt. Ja, stimmt. Oh, oh. Okay. Dann gucken wir jetzt mal. Moment, Ring der Regeneration, den legen wir an. Ring des Diebes haben wir. Das haut hin. Okay, dann schauen wir mal, ob hier vielleicht irgendwas ist. Ja, hier sind irgendwie viele Typen, aber beschwören kann ich da keinen von. Hier ist gerade keiner. So spät ist es noch nicht mal. Hm. Na, gucken wir auf den Weg. Vielleicht finden wir da ja den einen oder anderen. Von hier oben sehe ich auch nichts. Jetzt gehen die Dekos natürlich wieder los, ne? Das ist Wahnsinn. So, haben wir hier irgendwas? Hm. Niemand, niemand. Ist hier irgendwo eine scheinbare Wand? Nee. Nix, nix dergleichen irgendwie. Hier auch nicht. Okay, und auch kein blaues Zeichen. Ruhe da drüben. Hier sind blaue Zeichen, aber die sind nicht richtig. Vielleicht. Nee, ich wollte schon sagen, ey. Warum eigentlich die Lichter? Das verstehe ich nicht so ganz. Warum da Lichter sind? Vielleicht hier unten irgendwie? Ich schaue mal kurz mal noch nach unten. Vielleicht ist ja hier irgendwas. Man weiß es ja nicht. Weil hier war ich ja auch. Okay, auch nicht. Auch nicht mit einem harten Schlag. Weil hier war ich das letzte Mal, als ihr das in Part 61 irgendwie erwähnt habt. Ähm, ich soll mal hier gucken. Oder ich soll mal, ähm, nach einer scheinbaren Wandausschau halten. Vielleicht ist ja die hier irgendwo. Man weiß es nicht. Ähm, ja, da ist das Item. Ich habe schon mal vergessen, wie es hieß. Das habt ihr auch in den Comments geschrieben. Aber, ja, keine Ahnung. So, der Typ ist weg. Der steht ja jetzt mit den Wundern im Nexus. Da habe ich auch noch nicht vorbeigeschaut. Muss ich mal noch machen. Zu gegebener Zeit. Ja, hier ist alles nix. Hier ist alles nix. Ja, genau. Das war auch sehr, sehr klug. Äh, wuh. Bestimmt Weltentendenz. Eines Tages. Achso. Nee, hier ist nix. Naja, gucken wir wieder hoch. Jetzt gehen wir Richtung Boss, hoffentlich. Und mal sehen, ob wir da vielleicht den einen oder anderen Typen auf dem Weg beschwören können. Das wäre natürlich super, irgendwie. Dann könnten wir den vielleicht direkt töten. Ja. Oder wir kommen high an. Eins von beiden. Mir wäre ja an sich irgendwie das zweite lieber. So. Gucken wir mal schnell nach oben hier. Ob hier noch irgendwas liegt. Nee, keine blauen Zeichen. Aber ich bin menschlich. Naja. Dann schauen wir halt weiter. Hier ist auch nix, ne? Kann ja sein, auch, dass, äh, kann ja auch sein, dass hier irgendwas ist. Ach man, hier liegen Rochen irgendwie. Keine Ahnung. Nix, oder was? Oh Mann, ey. Kann ja nicht sein. Naja, gut. So, und was war hier? Hier war auch nix. Nee, dann gehen wir halt mal vorbei. Und schauen wir mal nach unten. Ja, die Viecher wieder, ey. Ah Gott. So, er kommt hoch. Er kommt, er kommt, er kommt. Na, komm, 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 komm. Jawohl. Uh, das war knapp. So. Der kann gleich Tschüss sagen. Ja. Oder ich. Äh. Okay. Jetzt hat er kein Item. Weißt du, jetzt bleibt er oben und hat kein Item. Fass ich nicht. So. Nochmal das gleiche. Fünf oben. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm hoch. Jawohl. Und den hauen wir genauso weg, würde ich sagen. Und zack. Und nochmal einen hinterher. Genau. So, reiben wir uns. Der fällt mit dem Item runter. Ey, ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Ach so, beschwören kann ich ja jetzt sowieso nicht. Beziehungsweise, ich kann mich nicht beschwören lassen, so. Kann ich nicht mal schauen, ob ich hier andere beschwören kann. So, dann die goldenen Viecher da hinten. Ist hier irgendwas? Nein. Ich fasse es nicht. Tja, keine Ahnung. So, ein bisschen weiter weg hier. Nicht, dass die mich jetzt noch zu Brei hauen. Das wollen wir natürlich nicht. So. Hm? Ah, kacke. Scheiße. Ah, ich hasse diese Viecher echt. So, mal gucken, ob wir jetzt vielleicht den einen hier bisher rankriegen. Ne, die gehen zurück. Okay. Vielleicht können wir den hier einzeln ziehen jetzt. Das wäre natürlich auch super. Und, hopp. Scheiße, ja stimmt. Da war ja was. Das ging ja nicht. Und, nochmal. Ist er tot? Jawohl. So, Klingesteinscherbe. Jetzt haben wir nur noch den anderen vor uns. Mit 9000, beziehungsweise fast 10.000 Seelen. So, na komm. Okay, ich hab gehofft irgendwie, dass ich den runterschmeißen kann. Oh, oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hopp. Ja, auf dem Boden wenigstens. Und, nochmal. Scheiße. So. Und, ja. Oh, Mann, ne. Diese Viecher echt. So, hier. Ist hier vielleicht eine scheinbare Wand oder so. Nein. Sag mal, ich kann da nicht jetzt jede Ecke hier abhauen. Weiß ich nicht. Ich suche hier auch schon ein bisschen irgendwie. Geh nicht weiter ohne ein Schild. Ist hier vielleicht irgendwie ein Shortcut dadurch. Das wäre, das wäre super irgendwie. Aber hier ist nix. Nirgänz. Ich könnte mich jetzt von oben fallen lassen, aber ich tot. Und, komm. Scheiße, nein. Hopp, komm, komm. Und, nochmal. Oh, das war hundsknapp, ey. Alter Vater, ja. Ich stecke in Schwierigkeiten, ja. Okay. Vielleicht ist da irgendwie eine scheinbare Wand dazwischen oder so. Ich weiß es ja nicht. Ja, kacke. Komm, 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 komm. Komm. Und, nochmal. Nochmal. Komm, komm, komm. Du Follos machst. Jawohl. So, jetzt den schönen Typen hier. Auf dem Boden. Und tot. Da haben wir den jetzt zumindest. So, da geht's auch irgendwo hin. Da kann ich eventuell runterspringen. Das weiß ich nicht. Das ist mir ein bisschen zu heikel, ehrlich gesagt. Wenn die ganzen Seen da unten liegen. Okay. Hm. So. Da rechts gehe ich jetzt mal nicht lang. Da waren ja irgendwo sind ja diese Viecher. Ich weiß es nicht. Ich muss ja aufwacht. Hier. Genau. Da, da ist das Vieh. Oh kacke, oh kacke, oh kacke, oh kacke, oh kacke, oh kacke. Ja, diese Viecher, ey. Die sind schon echt fies. Hier haben wir das letzte Mal haben die mir echt die Hölle heiß gemacht. So. Okay. Jetzt sind die hoffentlich da unten. Was haben wir hier so? Ist hier vielleicht die scheinbare Wand oder so? Hier war ich ja auch. Hier bin ich ja gestrückt. gestorben. Ah ja, ist echt nix, ne? Hier ist nix. Nee. Ah. Hier vielleicht. Nee. Es geht nix auf. Wenn du dich tanzt, kannst du weitergehen. Wenn ich mich tarme. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich stecke in Schwierigkeiten. Nicht irgendwie in der Nachricht scheinbare Wand oder so. Oder Versteck oder was weiß ich. Irgendwie sowas in der Art. Klingenstein. Ja, hilft mir auch nicht weiter. Okay, da vorne ist das Vieh. So. Und nochmal einen starken. So. Und jetzt gehen wir erstmal strikt voraus bis zu diesem Vieh. Ach, da war meine Seele, ne? Die habe ich fast vergessen. 37.000 jetzt. Oh, oh, oh. Sage ich dir nur. Ah, kacke. Ich habe es geahnt. Okay. Scheiße, Mann. Da muss ich mich echt beeilen irgendwie. So auf ihn. So. Hopp. Nee, das war zu früh. So, da ist der andere Typ da. Okay, der lebt noch oder was? Der lebt noch. Scheiße. Nein! Ach Gott, ich kotze echt. Ach, Mann, ey. Kann's denn echt die Möglichkeit sein? Ich weiß es nicht. Ich brauche jemanden für diese Kackstelle. Ah Gott, ich versuche es einfach nochmal. Komm. Hoffentlich. Ich bete einfach mal dafür, dass es hinhaut. Dass hier irgendwo jemand ist, der mir eventuell helfen kann. Ist hier eine scheinbare Wand? Nein. Warum denn nicht? Hier. Na, nirgendwo ist hier eine scheinbare Wand, ey. Das kann ja nicht sein. Und kein blaues Zeichen. Das kann doch nicht sein. Was steht da? Scharfschützen ausguck. Okay. Na gut. So, jetzt nix. Das sind die Viecher. Da ist ein Vieh. Okay. Dann hier ab, runter. Und, komm, komm, komm. Jawohl. Scheiße. Und, jetzt nochmal. Komm, komm, komm. Zieh. So. Boah. Mann, 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 ey. Wenn ich da jetzt unten ankomme, lebens, dann habe ich echt wieder zigtausend Seelen. Oh Gott. Ich werde mir so einen Arsch beißen, wenn das nicht hinhaut. Das könnt ihr auch voll wissen, ey. Voll. So. Jetzt das gleiche Spiel nochmal mit den Leutchen hier. So, den habe ich glaube ich, ja. Ich höre es. Rüber und scheiße. Oh, knapp. Ganz knapp war das. Den anderen jetzt auch noch. Komm, 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 komm. So, der kommt. So. Hoch, Jawohl. Oh, ganz knapp. Ganz knapp noch getroffen. So, jetzt geht es aber los hier. Jetzt geht es los. Ja, kotzen hier. Ich wollte eigentlich mal rennen und, ähm, diesen Schlag machen. Gucken, wie viel der abzieht. Okay. Dann versuche ich das mal so nochmal. Die sind irgendwie immun, habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht. Also kann sein, kann nicht sein. Vielleicht sehe ich es einfach nicht. Vielleicht ist es, es ist einfach zu wenig. Was da irgendwie abgeht. Scheiße. Okay. Ich trinke was. Auch wenn wir den Regenerationsring haben. Scheiße, Mann. Alter Vater hier. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, weg jetzt. Wieder 10.500 Seelen hier. Naja, fast 300 halt. Ist das fast dasselbe. So, vielleicht geht er jetzt mal runter. Nee. Aber ich wäre fast runtergefallen. So, die machen das jetzt am günstigsten. Ich mache jetzt so und jawohl. Ich greife schneller an. Glücklicherweise. So, hat er was fallen lassen? Nee. Okay. jetzt die Kackstelle hier. Die ist ja auch noch so eine, so eine Sache irgendwie. Können wir nicht mal blaue Zeichen auf bloppen irgendwie. Da wäre ich echt, da wäre ich schon viel ruhiger hier. So, das war auch voll doof. Ja, ich habe es geahnt. Komm, 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 bitte, bitte, nein, nein, bitte, oh, Mann, ey. Dass es immer so hanscharf sein muss. So, komm, komm, komm. Was, was macht denn jetzt? Was hat denn jetzt gemacht? Fast roh durchfallen. Genau. So, ich sehe es. Ah, ich kriege ja echt noch einen Föhn, ja, einen Föhn kriege ich hier gleich. So, okay, und, jawohl, nicht runterfallen, bitte, danke. Obwohl da ein Schatz liegt. da unten liegt ein Schatz. Und den Guten hier. Ja, ich könnte halt, wie gesagt, auch durchlaufen, ne? Aber das ist mir irgendwie zu heikel, also, weiß ich nicht. Tja, keine Ahnung. Liebe Freunde, wir müssen erstmal Feierabend machen. Die 20 Minuten sind um. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part beim Boss dann wieder. Ah, wenn die Viecher nicht er wären. Ich hasse diese Viecher, ey. die kommen ja nach und nach nach wahrscheinlich so. Keine Ahnung. Hier muss ein sich auch noch ein zweites dann in dem Fall sein. Und wenn die mich meucheln, ist glaube ich Ende im Gelände. Naja, bis morgen, 18 Uhr geht es dann weiter mit dem guten Demons-Holz hier und dem hoffentlich Boss dann im 4-3, beziehungsweise auf dem Weg zum 4-3. Ja, macht's gut. Bis morgen. Ciao, ciao.